Ah, mit dem vollen Magen spielt sich's doch gleich viel besser. Hi Leute. Lasst mich mal eben ein Stück trinken. Wir haben noch fünf Balken. Voll zu machen. Hier mal gucken, ob ich uns angreifen würde. Greifst du uns an? Ne. Gut. Ähm. Wir müssen ihn auf jeden Fall töten. Wir müssen aber auch Stiefel polieren. Dann lasst uns doch mal schauen. Ich guck mal, ob wir welche pullen würden. Ganz, ganz leicht. Ganz locker. Okay, können wir die Stiefel polieren? Also ehrlich gesagt check ich die Quest nicht. Vielleicht sollte ich mal lesen. Pah, ihr habt Glück, dass ihr eure Arbeitspläfte fühlen. Sonst hätte ich euch in der Woche in so einem Prügelknaben gemacht. Die Stiefeloffiziere und wir müssen gewinert werden. Sie stehen draußen vor ihren Hütten. Gut, dann sollten die ja hier rumstehen oder? Die muss ich abschlachten, die Frau. Gerne doch. In den Rücken stechen. Ich werde das noch nicht benutzen. Ich kann mich nicht bewegen. Nein, hol sie weg von mir. Jetzt wird sie aufgegessen, war. Wie lange darf ich aufnehmen? Bis 50. Okay. Da sind Stiefel. Okay, die Frau wurde aufgegessen. Hey, da ist einer von unserer Fraktion. Hat aber ein super cooles Mount, was man nur als Spieler kaufen kann. Hm. Ist wohl Zufall. So, hier liegen noch ein paar Stiefel rum. Vor allem, ich hätte die noch auch einfach sagen können, dass ich die Stiefel alle pulle... Ach du Scheiße. ...Stiefelspinne. Wie geil, ey. Und da spawnen schon wieder welche. Lül. Ne. Ja, okay. Wo sind andere, die wir abnippeln lassen sollen? Ach, Grillen tut gut, Leute, ey. Essen ist geil. Das wisst ihr aber auch, hoffe ich mal. Das dürfte jeder wissen. Essen, top. Ähm, manche sagen, die mich im Video schon gesehen haben, dass ich ziemlich magersüchtig und so bin. Bestimmt nicht. Ich esse so viele Süßigkeiten, trink so viel Eistee und Cola und jeden möglichen Scheiß. Eigentlich müsste ich total so ein Fettarsch sein. Aber, ähm, in meiner Familie haben wir einen guten Brennstoffwechsel. Deshalb, ich hab halt Glück, sagen wir so. Ich muss jetzt aber den hier abstechen. Und da fällt jetzt wahrscheinlich einfach in die Lava rein. Ja. Lül. Ich hab' ich übrigens noch nicht gequestet, das ist das erste Mal. Ähm, zurück zum Stoffwechsel. Ähm, ich esse ähm, mehr als die meisten wahrscheinlich von euch. Ich hab' gerade zwei, äh, große Würste. Ne, lassen wir das, sonst wird das zu. Ähm, sonst wird's falsch verstanden. So, ich hab' nichts gegen noch ein paar Stiefel. Stiefli. Da sind zwei. Auf dem Rückweg finden wir garantiert noch einen. Sonst bohnt vielleicht gleich noch einer, das wäre auch nicht schlecht. Mhm. Mal Stiefel spinnen. Und noch mehr Stiefel spinnen. So, dann AOE, die mal weg. So. Boah. Es gibt ja auch Menschen, die essen gar kein Fleisch. Und es gibt ja auch sogar welche, die essen nur heruntergefallenes Obst. Sind, äh, wie heißen die gleich? Irgendwas mit Frut. Also Frucht, Fruit. Ähm. Weil es gibt Vegetarier und das sind Frutarier oder so. Die essen nur Früchte. Also komplett nur Früchte. Und dann auch nur welche, die runtergefallen sind und nicht jetzt gepflückt werden. Die sind richtig krank. Aber naja, das ist schon wieder ein ganz anderes Thema als das, was wir hier machen. Wir haben jetzt gerade zwei von den Personaltypen hier abgeschlachtet. Und jetzt töten wir den hier noch, indem wir einfach in den Rücken stechen. Auch wenn ich den garantiert so killen könnte. Aber dann zählt das wahrscheinlich nicht als Quest. Wo gebe ich denn die ab? Völlig losgelöst. Ich hoffe, Izeck macht keinen Quatsch. Hier vielleicht? Nö. Ganz oben glaube ich zwar auch nicht, aber... Achso, doch, Voodoo-Typ. Seht ihr? War richtig. Den müssen wir abstechen. Den müssen wir abstechen. Und dann fällt der garantiert runter. Ich bin aber noch ein Frosch. Nein! So, wenn ihr die so nicht bänden könnt, könnt ihr auch nochmal raufklicken und dann bänden. Und die andere Quest unten abgeben. Wir können regnen, das ist kein Problem. Die Frage ist jetzt nur, wie ich bei ihm abgeben kann. Ich werde mir mal eine neue Verkleidung holen. Ah, doch. Neu verkleiden, okay. So. Ich bin ein Ogre. Sieht doch absolut... ...so danach aus. Jetzt mal. Um sieben Kriegskodus zurück zum Lager zu rufen. Okay, dann machen wir doch. Sorry, das ist echt ein Reuspa-Part. Den nenne ich auch so. Reuspa. What? Ist der Agro jetzt? Hm? Da greife ich zwar nicht, aber gut. Die wollte mich erst angreifen. Irgendwie sind die Quests hier ein bisschen buggy. Oder... Ich bin aber bescheuert. Oder beides bestimmt wieder. Die werde ich nicht mehr... Garantiert nicht mehr benutzen. Mit dem rückenden Fell. Die sind irgendwie Agro. Die Glatten, die gehen da direkt hin. Ich kann das noch nicht benutzen. Ich kann das noch nicht benutzen. Ja, komm. Oh, die sind auch böse. Das lädt immer noch auf. Ich kann das noch nicht benutzen. Ich kann das noch nicht benutzen. Ich kann das noch nicht benutzen. Ein... Vielleicht der hier. Mal gucken. Ne, der hier ist nah dran. Das ist noch nicht bereit. Perfekt. Uh, das Level ab. Oh, ne sehr nice Hose. Ne sehr, sehr nice Hose. Ähm... Bringt das Horn zurück. Okay. Gut. Jetzt habe ich schon... Wieder Level ab. Noch acht Level. Dann habe ich es hinter mich. Wenn ich überlege, dass ich das mit meinem Maim alles nochmal machen muss, werde ich doch etwas je zornig. Aber nur etwas. So, neue Hose. Anziehen direkt. Siehe den Ehrenfreunden. Seid gegrüßt. Und wieder werden wir in ein anderes Lager geschickt. Aber so gefällt mir das wesentlich besser als die Quests vorher, die einfach überall im Land waren. Das war echt scheiße. Und ich meine damit echt scheiße. So, die hier kann man alle platt machen, wenn man kein... Ähm... Nicht diese Verkleidung hat. Die, die ich jetzt habe. Habe ich auch damals. Hier konnte man echt gut leveln, mehr oder weniger. Und die man einfach... Äh... Die gekillt hat. Die haben gut EP gebracht. Ach, wir können in das Lager hier reinlaufen, ohne dass etwas passiert. Mit der Ork-Maske. Ich glaube es nicht. Eigentlich kaufen wir uns das ab. Ich wusste, dass Orks so bescheuert sind und es abkaufen, aber... Äh, nicht Orks. Orger. Aber Orks auch. Das hätte ich mir echt nicht... Zu Träumen gewacht. Der sieht gut aus. Hier und Tag. Sprecht mit Dingens. Hm. Den sollen wir killen. Achso, wir sollen mit dem reden, wenn er... Ne. Hm. Sprecht mit Würtel... Sprillhuper. Ach, der da. Die besten Angebote weit und breit. So, dann greif mal an. Izzik. Izzik. Go. Und tschüss, Monsieur Putz. Weg ist er. Nein. Mein Baby. Holzmol. 90 Silber. Dankeschön. Ach, dammit. Ich müsste euch mal wieder verkaufen gehen. Holzmol. Hm. Zwei Quests auf einmal. Hm. Naja. Auf jeden Fall mache ich jetzt erstmal hier einen Cut. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Euer Dab. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich.